Mit Recht in die Zukunft. Damit werben die Justizbehörden in meinem Einzugsgebiet auf ihren Briefumschlägen und Broschüren, die am Eingang der Gerichte an einem Prospektständer ausgelegt sind. So unter dem Motto, das Recht ist für alle da, so lautete der Slogan übrigens vorher. Natürlich in der großen Hoffnung, dass nicht ein einziger Bürger von diesem Angebot tatsächlich Gebrauch macht. Machen Sie diesen Bürokratenhoffnungen gründlich zunichte. Denn mein Buch, Nutze deine Rechte, nimmt die Justizbehörden beim Wort. Wir alle, also jeder volljährige Mensch, der in der Bundesrepublik Deutschland lebt, hat das Recht, die angebotenen juristischen Mitteln zu nutzen. Denn dafür sind sie schließlich mal gemacht worden. Dabei stehen ihnen nicht nur vor Gericht Rechte zu, sondern auch bei der Konfrontation mit sonstigen Behörden wie etwa Finanz- oder andere Ämter. Was jedoch machen die meisten bürgerlichen Angsthasen? Sie nehmen untertänigst die Michelmützen ab und lassen sich von denen da oben gehörig auf dem Kopf herumtanzen. Mein umfassender Ratgeber, Nutze deine Rechte, behandelt die wichtigsten Fragen rund um ihre Rechte und wie sie am besten sie nutzen können. Diese Fragen beschäftigen uns im Laufe des Lebens früher oder später allemal. An zahlreichen Fallbeispielen zeige ich Ihnen, wie Sie in Rechtsfragen die optimale Lösung finden, auch ohne teuren Anwalt. Ich erläutere Ihnen in verständlicher Weise die rechtlichen Hintergründe, wie Sie sich in einem Verfahren bewegen können, um Ihre Rechte zu nutzen. In dieses Buch habe ich alles eingebracht. Mein ganzes praxiserworbenes Fachwissen und meine 43-jährige Erfahrung beim Nutzen meiner Rechte. Das alles vermittle ich Ihnen allgemein verständlich. So sind Sie bestens über alle Rechtsbereiche informiert, die Ihnen in Ihrem persönlichen und wirtschaftlichen Leben ebenfalls über den Weg laufen könnten. Wann immer meine treuen Leser diese juristischen Methoden, Tipps und Tricks eingesetzt haben, schwappen mir regelrechte Dankeswogen entgegen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Rechte habe und das Grandiose daran ist, dass ich bei den meisten Angelegenheiten noch nicht einmal einen Rechtsanwalt brauche. Und noch besser ist, Herr Rademacher, dass mit dem Nutzen des rechtlichen Systems auch wirklich fantastisch funktioniert. Vielen Dank dafür. Ab jetzt sollten Sie auch Ihr Recht selber in die Hand nehmen. Die Zeit dafür ist reif. Lassen Sie sich von Ämtern, Behörden und Gerichten die Wurst nicht mehr einfach so vom Brot nehmen. Rechtlich gesehen. Also, ab jetzt, mit Recht in die Zukunft, weil das Recht für alle da ist. Folgen Sie dieser Empfehlung der Justiz. Weitere Informationen über das Buch Nutze Deine Rechte finden Sie auf der Erfolgs-Online.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Gehen Sie sich von Ämtern.de. Gehen Sie sich von Ämtern.de. Gehen Sie sich von Ämtern.de. Gehen Sie sich von Ämtern.de.